Moin Leute und willkommen zum neuen Daily Shop Video auf meinem Kanal ihr könnt schon sehen das ist der heutige Fortnite Shop teilt doch jetzt schon gerne das Video mit euren Freunden, würde mich sehr sehr freuen mega geiler Skin kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen 1500 Rebugs ist nicht schlecht auch das Backpack der Umhang mega geil dann noch also die Picke habe ich vergessen Loon ähm der Sound ist jetzt nicht so besonders Picke sieht nicht schlecht aus aber ist jetzt nicht so krass und ziemlich hoher Preis dafür auch ähm dann einmal noch Demo Adegan Juckrampf ähm ja ist ziemlich okay Skin das Backpack mega geil brr gerade gegen mein Mikro gekommen ähm empfehle ich auf jeden Fall Picke auch nicht schlecht Gitarre mega geil kann ich auf jeden Fall auch empfehlen an der Stelle Hitze Hitze Lackierung mega krass ich hab mir das eben schon angesehen ich hab eben schon ein Video gemacht aber da war meine Stimme auf einmal so leise deswegen rede ich jetzt ein bisschen lauter ich hoffe es ist jetzt besser ähm ja es animiert sieht auf jeden Fall mega geil aus hier bei Sniper Deagle und Explosionswaffe mega cool dann haben wir noch den Arsch Typ ich hab den in den Nintendo Switch bekommen aber leider nicht dass wir mit Epic Games anmelden ich bin nicht so dumm dafür es ist einfach so es funktioniert es funktioniert nicht äh ihr könnt mir gerne helfen Digga hilf Beruhig dich Alter Digga warte mit meinem Deutsch los ich würd mich freuen wenn ihr mir da hilft ähm wo ihr das drauf gemacht habt ob es auch möglich ist auf PS4 weil auf PS4 hab ich's gemacht da ging's nicht ich versuch's bald nochmal auf Handy aber das sieht auch nicht schlecht aus so wackeln ist natürlich mein OG Mode was jetzt nicht mehr OG ist ich hatte das das erste mal geholt wo es im Shop war 5 war mega geil ja 500 V-Bucks empfehle ich euch ich mach jetzt Werbung für Marshmallow brr warum steht da nicht Marshmallow immer Marshmallow im Creator Code haben bitte geht das auch so Junge ach jetzt erstmal scheiß drauf ähm immer Marshmallow im Creator haben wie ihr da oben in der Ecke stehen seht äh neuer Leiter mega geil empfehle ich auf jeden Fall 500 V-Bucks Creature auch eine geile Hacke kann ich auf jeden Fall empfehlen dann noch Dschungel sperren hab ich mir geholt weil die ziemlich gut halt zu der Season jetzt passt dann komische Mode kann ich nicht aussprechen Spawner V-Bucks geht auf jeden Fall klar aber ich find's jetzt nicht so besonders cool ja das neue ist auch noch nicht gekommen ja und wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da würde mich sehr sehr freuen abonniert meinen Kanal würde mich auch sehr sehr freuen weil ich habe meinen Arm gebrochen und dann würde es mich sehr sehr freuen wenn ihr nochmal ein Abo und ein Like da lässt mich sehr 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 unterstützen äh vergesst nicht die Glocke zu aktivieren damit ihr kein Video auf diesem Kanal verpasst genauso auf wie Live Streams und dann teilt doch gerne das Video mit euren Freunden damit sie auch wissen was im Item Shop ist und dann wünsche ich euch noch einen schönen Ostern und ciao ciao